Rosalma Ouellette war eine kanadische Komikerin, Schauspielerin und Sängerin. Ouellette wuchs in einer Arbeiterfamilie im Südosten von Montreal auf. Nur drei ihrer 20 Geschwister erreichten das Erwachsenenalter. Sie selbst stand zwölfjährig das erste Mal auf der Bühne und verließ als Teenager die Schule, um in einer Schuhfabrik zu arbeiten. Daneben trat sie im Ui-Methiskop und im Lunarus auf, wo sie von Paul Ebert entdeckt wurde, der sie als VdV-Darstellerin an den King Edward Palace holte. Zur gleichen Zeit lernte sie ihren Bühnenpartner Olivier Guimond kennen. Beide traten bis ins hohe Alter gemeinsam als Lapune und T.I. Sune auf. 1928 wurde Ouellette Managerin des Theater Cazier in St. Henry und gründete eine VdVille-Kompanie, der auch Juliette Petry angehörte, mit der sie jahrzehntelang weiter zusammenarbeitete. Mit Paul Ebert, Aurelie Dümond und Theo Brühlotte nahm sie in dieser Zeit auch Sketche und humoristische Lieder auf. 1936 wurde sie Managerin des Theater National, das sie mehr als 15 Jahre mit großem Erfolg leitete. Hier traten die bekanntesten Schauspieler aus Quebe auf wie Juliette Petry, Mander Perrin, Hekta Pellerin, Georges Leduc, Paul Desmato, Juliette Hout, Juliette Bileifo, Roseray Duziel, Olivier Guimond Jr. und Senior, Pierre Theriault, Jacques Normand, Léo Rivest und Claude Blanchard. Sie selbst gab amtlich ihren erfolgreichsten Song CDL AV The Apupa zum Besten, und in ihrem Haus debütierte 13-jährig die Sängerin Alice Robbie. 1953 schloss sich Ouellette der Truppe von Jean Grimaldi an, mit der sie mehrere Jahre durch Quaybert horte. Ab 1958 arbeitete sie in der Kabarett-Szene mit Darstellern wie Juliette Petry, Gary Morelle, Simone Mercier, Gaston Beulow und Luis Amel zusammen. Von 1967 bis 1993 trat sie an Gilles Latulippis Theater des Varites auf. Als Filmschauspielerin wirkte sie in Filmen wie Cœur de Maman von René de la Croix, La Parition von Roger Cardinal und Lea Ventures d'Unchenver von Roger Fournier mit. 1960 debütierte sie im Fernsehen in dem Stück Les Deuvalses von André Laurondo. Es folgten kleine Rollen in Soaps wie Ruedes Pignos, Cher Isabelle, Le Brillant und Le Moyno-Ele Penzen. Noch 1991 unternahm sie eine Tournee mit dem Sänger Roger Silver. Ouellette veröffentlichte die Bücher Wow-Sphäre-Reihe, Semaphie und Commentate in Dreh-Lebel-Ageon-Grande-Formel. 1985 wurde sie mit der Rose D.O.R. ausgezeichnet. 1990 erhielt sie den Euter-E-National-Duck-Weber. 1998 veröffentlichte der Sender SRC die Dokumentation Lesiel de Rose Ouellette.